Yo Leute, gestern ist etwas Wunderbares passiert. Wenn heute der Gegenteiltag wäre. Ja Leute, willkommen zu diesem Video. Heute rede ich mal über eine kleine Sache, die eigentlich gar nicht mal so klein ist. Wow. Und zwar habe ich gestern um 0 Uhr eine E-Mail bekommen, in der bestätigt wurde, dass mein Kanal nicht mehr zur Monetarisierung zugelassen ist. Das heißt, ich verdiene kein Geld mehr durch YouTube momentan. Erstmal nein, ich habe keinen Strike, aber alle meine Videos wurden geclaimt. Also wenn die Videos geclaimt sind, kann ich damit eben nichts verdienen. Und als ich das gestern gesehen habe, war ich doch ziemlich schockiert erstmal. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie konnte das passieren? Und ganz kurz gesagt, ich habe es verkackt. Ja, es klingt blöd, aber ich habe es einfach verkackt. Um mit YouTube Geld verdienen zu können, braucht man ein Google AdSense Konto. Das habe ich logischerweise auch und es ist auch schon länger in Benutzung. Allerdings hatte ich es nie bestätigt. Das Konto zu bestätigen ist auch etwas komplizierter. Also du musst dich da eben anmelden, deine Adresse eingeben und die schicken dir dann einen Brief, der innerhalb von zwei bis vier Wochen kommt. Dort steht dann eine PIN drin, die musst du da eingeben und dann ist dein AdSense Konto bestätigt. Diesen Brief habe ich letztes Jahr bekommen, allerdings nicht auf meinen Namen, sondern auf den Namen meiner Eltern. Und meine Eltern haben das natürlich nicht geblickt und konnten damit dann nichts anfangen, weshalb sie diesen Brief in den Müll geworfen haben. Dass dieser Brief in Müll gelandet ist, habe ich erst zwei Tage später erfahren. Und ich habe dann noch irgendwie eine Stunde im Müllcontainer unten gesucht, allerdings nichts mehr gefunden. Das heißt, ich konnte mein Google AdSense Konto nicht bestätigen. Und deswegen war ich voll in Panik, aber irgendwie gab es dann auch keine weiteren Meldungen mehr. Also es wurde nicht mehr weiter nachgefragt. Ich konnte ganz normal mein Google AdSense Konto benutzen und ich dachte mir, ja, scheiß drauf. Beziehungsweise ich habe es halt auch einfach aus den Augen verloren, weil es halt keine weiteren Probleme gab. Bis gestern. Denn gestern habe ich auf die Schnauze bekommen. Mein AdSense Konto ist jetzt inaktiv und dreimal dürft ihr raten, wie ich es reaktivieren kann. Richtig, mit der Pin. Da ich diese Pin aber schon letztes Jahr verloren habe, konnte ich zum Glück eine neue Pin beantragen, die aber jetzt auch nochmal zwei bis vier Wochen braucht, bis sie überhaupt bei mir eintrudelt. Außerdem wurde mir halt bestätigt, dass ich bis zum 24. Oktober kein Video mehr monetarisieren kann. Also ich kann kein Geld mehr damit verdienen bis zum 24. Oktober. Und selbst dann ist es noch nicht mal safe, dass ich das wieder machen kann. Dann kann ich mich nur wieder neu anmelden und hoffen, dass es wieder funktioniert. Jetzt mal im Umkehrschluss. Was heißt das für euch? Eigentlich nichts. Ich mache YouTube nicht wegen Geld. Das heißt, ich werde weiterhin genauso aktiv sein wie vorher. Bloß werde ich halt jetzt keine kleine Gegenleistung mehr bekommen. Ich werde jetzt auch bei weitem nicht reich durch YouTube-Videos. So ist es auf keinen Fall. Aber dennoch war es halt immer ganz schön, eine kleine Gegenleistung für die Videos zu bekommen. Jetzt würde das für die nächsten vier bis sechs Wochen mindestens nicht mehr so sein. Aber ja, Videos würde es trotzdem weiterhin geben. Aber ganz im Ernst, es hätte schlimmer kommen können. Die einzige Geldquelle, die mir jetzt quasi noch bleibt, sind die Streams. Aber ich muss so ehrlich sagen, dass ich momentan einfach wieder zu faul für diese Welt bin, was Streams angeht. Ich hatte eigentlich für die letzten Monate so einen Rhythmus ausgearbeitet, dass ich mindestens ein, zwei, dreimal die Woche streame. Und das kriege ich momentan wieder nicht auf die Kette, weil ich einfach ein fauler Hund bin. Das ist einfach so. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich wollte euch an diesem Fail nur teilhaben lassen und euch zeigen, was ich für ein Dummbatz bin. Also freut euch Leute, zumindest die nächsten vier bis sechs Wochen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger mal sehen, wie das funktioniert. Werdet ihr meine Videos werbefrei sehen können. Ich war ja eh kein Typ, der mega viel Werbung oder sowas geschalten hat. Aber ja, werbefrei. Okay, wuhu. Naja, ich wollte eigentlich nur kurz drüber geredet haben. Aber ja, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls euch mal irgendwas ähnliches in der Vergangenheit passiert ist. Ich denke mal nicht, weil so dämlich ist man normalerweise nicht. Aber naja, egal. Ich werde jetzt gleich sofort an einem nächsten Video arbeiten, was vielleicht noch diese Woche rauskommt. Vielleicht auch erst nächste Woche. Und kleiner Spoiler, das wird komplett werbefrei sein. Ich fühle mich gerade irgendwie richtig bescheuert. Aber wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.